Hallo liebe Campingfreunde, erlebt einen unvergessigen Urlaub für Paare auf den schönsten Campingplätzen Europas. In unserem Video zeigen wir euch romantische Unterkünfte, die perfekt für einen Urlaub zu zweit geeignet sind. Entdeckt geheime Schätze und genießt die idyllische Natur und Komfort dieser ausgewählten Plätze. Ob Baumhäuser im Schwarzwald oder Panorama Lodges in Tirol, wir haben die besten Tipps für euren nächsten romantischen Campingurlaub. In der Videobeschreibung haben wir euch die Links zu den Campingplätzen verlinkt. In den Niederlanden ist der Vacanti-Park Berzebulten ein schöner Rückzugsort für Paare, die vor allem die Auswahl an verschiedenen Unterkünften zu schätzen wissen. Wie wäre es mit einer Weltclamping-Lodge oder einer Juppie-Lodge, die einen Hauf von Luxus versprühen? Umgebung von einer herrlichen Naturlandschaft lädt einen unvergesslichen Urlaub nicht mehr im Weg. Scanne den QR-Code, um mehr über den Platz zu erfahren und direkt zu buchen. Eingebettet in die wunderschöne Natur des Schwarzwaldes, bietet das Ferienparadies Schwarzwälder Hof ein ganz besonderes Erlebnis für Pärchen. Übernachtet im romantischen Baumhaus Dörfle. Die Baumhäuser im herrlichen Naturdesign bieten jeweils zwei Schlafräume, einen gemütlichen Wohnbereich mit großem Balkon, Bad und eine gut ausgestattete Küchenecke. Zusätzlich könnt ihr unbegrenzter Saunaparadies mit Naturschwimm-Teich nutzen. Die Toskana ist für Romantiker wohl eine der schönsten Gegenden Italiens und damit sind wir beim Valicella Glamping-Ressort. Das Resort liegt in der Marema, der unberührten Küstenlandschaft der Toskana und bietet einige tolle Glamping-Unterkünfte für Pärchen. Unser Favorit ist das Lodge-Zelt Airdreamer. Gänne den QR-Code, um mehr über den Platz zu erfahren und um direkt zu buchen. Nur ein paar Schritte vom herrlichen Sandstrand entfernt liegt das Domaine Lajolle Camping-Ressort-Spa an der französischen Mittelmeerküste. Für den romantischen Urlaub zu zweit bietet sich die Möglichkeit, eines der wunderschönen Baumhäuser zu besuchen. Hier bekommt ihr euer eigenes gemütliches Nest hoch oben in den Bäumen und könnt in eurem Privat-Jacuzzi auf der Terrasse entspannen. An einem der schönsten Orte der Dolomiten erwartet euch der Caravan Park Sexton. Der Campingplatz zählt zu den beliebtesten Plätzen in Südtirol und hat für Pärchen ein tolles Wohlfühlangebot. In der Wellness Lodge bekommt ihr eine komplett eingerichtete Ferienunterkunft für zwei Personen mit Schlafzimmer, Küche, Wohnzimmer und einer eigenen Sauna. Morgens könnt ihr dann von der Terrasse aus die Traumaussicht auf die Sechstner Bergwelt genießen. Scanne den QR-Code, um mehr über diesen Campingplatz zu erfahren. Das war unser Video zu den romantischen Campingplätzen. Auf welchem Platz willst du eine romantische Auszeit verbringen? Teile es uns in den Kommentaren und lass uns gerne einen Like da, wenn dir das Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal!